Hallo, ich bin der Michael Schwarz vom Weingut Schwarz und bei uns gibt es immer was Gutes zum Trinken und zum Essen. Mein Papa war eigentlich ein Fleischer und hat dann als Quereinsteiger mit Wein angefangen. Ich habe vor drei Jahren das Weingut übernommen, bin für den Köhler verantwortlich. Der Papa hilft mir noch im Weingarten, da braucht es viel Erfahrung. Unsere Weine sind wie wir Burgenländer authentisch, fruchtig und machen Spaß zum Trinken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.